Das Wikinger-Zeitalter brach über England dramatisch herein am 8. Juni 793, als die Wikinger die über den ganzen Kontinent und alle Mönche wurden getötet, in dieser Abbey getötet, um in der Seine zu zerbrechen, oder sie wurden als Schläge, mit der Kirche zu verletzten. Das größte war das Bildungszentrum und die Wikinger haben alles zerstört, haben sämtliche Die Mönche wurden hier umgebracht oder als Sklaven mitgenommen und die Schätze wurden auch mitgenommen und dann wurde der Ruf der Bikiner leider begründet. Die Royal Porten all over the Europe. Und sie haben gesagt, dass niemals so eine Anzucht haben. Es ist schwierig, zu erzählen über diese Zeit, natürlich. Ich versuche, die Hauptmomenten, die ich die wichtigste. So, dieses Museum, das wir uns besuchen, ist eigentlich eine Langehaus. Das wurde von Champs, von einem lokalen Farmer. Er hat seine Lande und ein paar Meter Blatt gefunden. Das ist eine Erneuerung, die man in den damaligen Zeiten nach weiterhin gesucht hat. Und man hat eben ein 80 Meter langes Haus gebaut. Und das werden gleich mehrere zu immer. So, rund 100 Menschen leben in diesem Haus. Es ist dividiert in vier Parten. Eine Part ist eine Lebenskarte. Eine ist vier Staple. Da sind Tiere drin. Den König Olof. Olof, er hat von hier aus, ja 900, circa hat er das alles verlassen müssen, weil die zunehmende Christianisierung blieb. Und schon manche architekturische Aufmerksamkeit sind halt so anders, weil man sich hier mit der Architektur den Sarsing hier angepasst hat und die Winkel dann auch wieder zurückgezogen. Ich werde Ihnen ein bisschen erklären, was wir jetzt machen. Wir gehen raus in der Kirche. Wir gehen in. Wir gehen in. Ein Teil des Museums ist eine Ausgabe, aber wir werden nicht da gehen. Wir gehen nur in die Lande Haus. Wir werden unsere coolen Geist. Ich werde nur mit Ihnen accompagnieren, und wenn Sie eine Frage stellen, dann bitte Sie. Weil ich weiß, dass Sie alle wissen. Sie will sagen uns. Wir haben eine Lippe, also wenn Sie wollen, Sie können es nutzen. Und auch ein sehr guter Schöpfe, aber ich bin nicht sicher, dass wir die Zeit für das. Aber wir werden versuchen. jetzt noch zum Offen, dass wir das, dass wir uns nicht om Menschen, damit wir uns imp %. Может ich trotzdem donner dasselbeart. einem mit der Schlüssel Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018